Der Solidaritätszuschlag sollte ursprünglich nur ein Jahr gezahlt werden müssen. Inzwischen gibt es ihn aber schon drei Jahrzehnte. Was der Soli genau ist, wieso er eingeführt wurde und wer ihn bezahlen muss, erfährst du in diesem Video. Der Solidaritätszuschlag wurde im Jahr 1991 eingeführt. Begründet wurde er mit Mehrbelastung für den deutschen Bundeshaushalt mit drei verschiedenen Hintergründen. Erstens, Kosten des Zweiten Golfkrieges, die sich für Deutschland auf knapp 17 Milliarden D-Mark beliefen. Zweitens, Unterstützung der Länder in Mittel-, Süd- und Osteuropa. Und drittens, zusätzliche Kosten in den neuen Bundesländern durch die deutsche Wiedervereinigung ein Jahr zuvor. Kurz gesagt also, mehrere zusätzliche Belastungen sorgten für ein Loch im Bundeshaushalt, für das zusätzliche Steuereinnahmen nötig waren. Nachdem der Soli 1992 wie geplant wieder abgeschafft wurde, wurde er bereits 1995 erneut eingeführt. Begründet wurde er diesmal nur noch mit Mehrkosten durch die deutsche Einheit. Die Einnahmen aus dem Solidaritätszuschlag sind allerdings nicht zweckgebunden. Das bedeutet, sie können für sämtliche Ausgaben des Bundes eingesetzt werden. Aber wie viel muss man als Solidaritätszuschlag eigentlich zusätzlich abgeben? Der Soli ist eine Ergänzung zur Einkommenssteuer und zur Körperschaftssteuer. Seit 1998 beträgt er 5,5 Prozent. Was heißt das konkret? Max hat im Jahr 2019 1.000 Euro Einkommenssteuer gezahlt. Von diesen 1.000 Euro werden noch einmal 5,5 Prozent als Solidaritätszuschlag zusätzlich erhoben, also 55 Euro. Ganz wichtig, die 5,5 Prozent müssen nicht auf das gesamte Einkommen gezahlt werden, sondern nur auf die gezahlte Einkommenssteuer. Zum Jahr 2021 wurde der Solidaritätszuschlag für die meisten Bürger in Deutschland abgeschafft. Erst ab einem Jahresabkommen von 74.000 Euro wird der Soli noch fällig. Die Frage, ob der Solidaritätszuschlag komplett abgeschafft werden soll, wird immer wieder diskutiert. Befürworter führen an, dass der Soli bei seiner Einführung nicht als dauerhafte Abgabe gedacht war. Daher sei es ein Zeichen der Glaubwürdigkeit der Politik, ihn nach drei Jahrzehnten abzuschaffen. Kritiker der Forderung nach einer vollständigen Abschaffung des Solis sagen, dass die Abgabe nie offiziell befristet wurde und demnach auch dauerhaft erhalten bleiben könne. Mit einer vollständigen Abschaffung würde der Bund jährlich mehrere Milliarden Euro weniger an Steuergeldern zur Verfügung haben. Was meint ihr? Soll der Solidaritätszuschlag vollständig abgeschafft werden? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Lasst nun gerne ein Like und ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video.